Ich würde Momo meine Haare nicht anvertrauen, schreibt die Kenner. Ja, aber, Mann, Junge, mein Internet ist so scheiße. Seitdem ich bei Telekom gekündigt habe, ich schwör, haben die mir mein Internet abgedreht, 100%. Ich bin eine flache Flunder. Same, ich geh immer aufs Blaue hier. Komm hier, welche? Bist du leer? Da hab ich kein Mini. Sorry. Kebner? Oder hast du einen fett Finger? Nee, nee. Miesfette Finger. Dicker, du hast einen mies ADS, ich schwör, halt doch mal jetzt 5 Sekunden deine Fläche. Das ist das Ding, wenn ich Musik höre beim Zocken. Das sieht doch nicht. Ja, aber das geht mir auf die Heier. Mir auch egal. Ich höre dich die ganze Zeit pfeifen, singen oder so. Ich kann das nicht unterdrücken. Komm nicht immer, Biggie? Ja. Komm, nimmer, industri心. Eih, uuuh. Uh, das ist ein gutes Lean. Eih, uuuh. Eih, uuuh. Eih, uuuh. Nicht, ich, ich. Eih, uuh. Ich hab nur eine Bier getrunken. Lol, ich hab Holz fast voll. Ach Momo, zum Glück hast du einen Jordan, stimmt ja. Er singt auch die ganze Zeit. Wir liefern uns hier ein schönes Duett. Chup-chup von der Bandu, I don't wanna look like you. Chup-chup von der Bandu, I don't wanna look like you. Können wir so schnell editieren, hast du die Bootser? Einer gibt immer Dings Kreativmodus mit 11-Jährigen. Moment, wie kannst du so schnell editieren, Momo? Den ganzen Tag Kreativmodus. Mit deinem Bruder Hai, irgendwann. Junge, ich hab hier nichts zu tun seit, keine Ahnung wie lange. Der hat mich abgezogen im 1 gegen 1, Alter. Nein, nein, nein. Da sah ich ganz alt aus, ich schwör. Oh nein. Da sah ich ganz alt aus, ich schwör. Ich war so sauer, aber ich hab einfach meine Klappe gehalten. Er hat die ganze Zeit provoziert. Ich hab einfach so getan, als ob mich das nicht stört. Aber innerlich hat mich das übertrieben sauer gemacht. Er hat mich so abgezogen. Der benutzt nicht mal einen Scaf und so, der hat mich so weggeflext. Oh Gott. Kleine Ratte, Alter. Kleine Ratte, Alter. Ich bin klein in den Rektionszeiten von Katzen. Katzen. Wie hat's Party jetzt? Party ist 12, 13? Naja, 12. 12. Und für Geburtstag? Ja, bald. Ne, am 25. Juni. Ich seh' dann auch bald Geburtstag. Gut so. Wie ist alt? Auch 23 schon, Megan. Tschüss! Wie ist alt? Wie ist alt? Wir haben bald Geburtstag, Momo. 22. Junge, alt. Ach, wie schnell die Zeit vergeht. Ich weiß noch, als ich verfrüfen war. Nein, nein. Kein Spaß. Mein 18. Geburtstag ist gefühlt gestern gewesen. Jo, mein Kopf hat noch vier. 22, Alter. Und wir sitzen hier und zocken Fortnite. Juuu, besser geht's gar nicht. Oh Mann, ey. 1 in den Chat, wenn Lisa besser ein Fortnite ist als Sid. Ah, ja. Du? 1 in den Chat, 1, 1 in den Chat. Macht ein gutes Lied. Alge? Ja. Lazy Lake. Sind im... Faulen See. Ähm, faulen, faulen See. Wie lange fahrst du? fiD O, das gefällt mir gar nicht, Alter. Was ist das? Auf Bar? Beid. Ich werf C4 rein von der Seite. Ey, 22 da. Hab ich gehittet, aber ich wurde getroffen. Lasert! She cracked, lasert! Einer ist weiß, einer ist weiß, einer ist weiß. Sind alle weiß. Ich bin nicht weiß. Wieso? Na na, mein Jung. Dich haben sie zurückgelassen, alter. Der arme. Wo sind die hingeflogen? Die, ja, in der Insel. Ich geh aufs Haus. Ich geh auch in den hohen Grund. Lol. Du lässt mich alleine hier. Hier. Wo sind welche? Hier, unten bei mir. Hab einen. Bei mir sind zwei. Hey. Wo bist du? Der ist gut bei mir. Oh ja. Klapp den, Sydney. Hier ist noch einer. Klapp noch einen. Nein. Ich hab gar nichts mit der Runde zu tun gerade. Oh. Oh. Was sagt der? Er hat gar nichts damit zu tun gehabt gerade. Er hat oben zugeschickt. Hahahaha. Gut zu Jordan. Ich hab Fische. Ich hab welche gesungen, Digger. Miesgeine gefunden. Vor allem nicht mit Davy, Mann. Davy spielt keinen Fortnite. Davy ist für nichts zu gebrauchen an der Konsole. Achso, der auf Fifa kann er. Der auf Fifa ein bisschen. Fifa kann er. Lass Agency mal gucken, geh ins Sinne rechts. Ist aber nicht Zone. Hier kommen welche. Das ist auf dem Berg hier. Das ist hier auf dem Berg. Okay. Lasert. 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 Rauf da. Beide sind weiß. Hit. Habe einen. 28er Blue. Nice. Schon muss er gut sein, ja. Der war Gegner. Äh. Aber lass auf dem Berg. Komm mit auf dem Berg. Komm mit auf dem Berg. Ja. Hilf, hilf, hilf. Fliegen auf dem Berg und land von da oben. Jordan. Wir gehen auf dem Berg. Aber man sieht ihn nicht. Ah doch da. Einer geht zum Loot Drop. Der macht den Baum kaputt. Der macht den Baum kaputt. Das ist ja nur eine B gedrückt. Zwei Hits. Komm mal. Zwei Hitmaker. Oh, dicker. Sidney, du bist zu gierig. Keiner ist da. Ey, hey. Gut so Geordi. Schau rein. Hast du gehört? Der andere ist hier. Gould Trooper. Der Schildschild wurde nicht gebrochen. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Ab und R.I.D. Gib dein Handy. Ich wollte auch dein Handy schnell klauen, Junge. Nein, nicht nur Handy, Dicker. Einer ist da, glaube ich, im Busch neben euch. Ist der nicht da? Nee. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee. Er ist hier drin. Ich hör doch einen. Ey, hör dich, hör dich, hör dich, hör dich. Ey, hör dich, hör dich, hör dich, hör dich, hör dich. John von hinten. Ey, woher schießt ihr denn? Oh mein Gott. Die lasern alle, Jordan. Ich hab alles gut, alles gut. Der ist Wancher. Einer kommt hoch mit Grappler, der ist süchtig. Achtung, Jordan. Unter John ist einer. Ich gehe High-Ground. High-Ground retake. Kein Wurzel. Nice. Ich bin da. Wir schießen gleich unter, Momo. Gut, das Endgame gerade. Da hinten ist einer. Wo sind wir alle? Wie einer ist da? Ich komme, Momo. Hier ist einer. On me. Oh mein Gott. Oh, der ist gut. Ich brauche Hilfe. Beziehungsweise. Ja doch, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Aber ich brauche Hilfe. Noch. Nice. Hast du noch eins, Jordi? Ja, drei, drei. Komm, fertig. Flieg kurz rum. Ne, ne? Du hast schon frei. Einen geht da nur noch. Das ist der epische. Das ist der epische, aber ganz locker. Wo ist der? Wo ist der? Ich habe einen Sniper. Mal versuchen zu hacken. Lass snipen, Trickshot. Ich habe keinen Sniper. Hier unten liegen überall welche. Ich hab's ja. Nee, nein. Hat er ihn? Schau, Danny, Love Flame? Nee. Nee. Wo ist der? Kommt safe hier raus. Wo ist der? Ja hier, hier! Bei mir, bei mir, bei mir. Wo ist der? Hacken oder nicht? Ah nee, noch eins tief. Ach so, hier! Oh mein Gott! Haken, 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 Wohl. Der ist nicht schlecht, glaube ich. Du bist kein Spaß, Mann! Gut für Giordani! Du bist kein Spaß! Das ist nicht dumm! Ey, ich vermisse dich bauen! Tschüss, Jungs!